Nun ist es offiziell. Die Rechtspopulisten sind in Österreich mit 29,2% erstmals Sieger bei einer Parlamentswahl. Die bisherigen Regierungsparteien stehen als Verlierer da. Eine Zusammenarbeit mit den FPÖ-Vorsitzenden Kickl schließen alle aus. Österreich hat gewählt, aber deswegen noch lange keine neue Regierung. Die alte ÖVP-Grün-Koalition wird ihren Rücktritt anbieten. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ihn annehmen und den bisherigen Bundeskanzler Karl Nehammer gleichzeitig bitten, die Geschäfte mit seiner alten Regierung doch weiterzuführen, bis sich ihm im Nationalrat, dem österreichischen Parlament, neue Kanzlermehrheiten gefunden haben. Also eine neue tragfähige Koalition, so der Bundespräsident. Wie sehen die Wahlergebnisse denn jetzt aus? Die FPÖ gewinnt die Wahl mit 29,2%. Das ist das österreichische Pendant der AfD. Die Mehrheit, wenn man das jetzt als Gesamtsieger sieht, hat also eine rechtsextreme faschistische Partei gefordert. Eine Partei, die offen mit dem Schlagwort der Remigration die totale Abschottung von seinen Nachbarländern und Isolation fordert. Das ist die AfD aus Österreich. Die gibt es schon länger, aber es ist die AfD aus Österreich. Die ÖVP, die bis jetzt regiert, also die Konservativen, die man mit der CDU oder mit der Union vergleichen könnte, hat 26,5% ausgeschafft. Die SPÖ, die man mit der SPD vergleichen könnte, hat 21% geschafft. Die NEOS, die man mit der FDP vergleichen könnte, haben 9% geschafft. Und die Grünen haben 8% geschafft. Weiter heißt es im Artikel, das kann dauern. Sehr lange sogar. Der österreichische Rekord dafür liegt bei etwa sechs Monaten, also bis die neue Koalition da ist. Aber dieses Ziel sei eine gut investierte Zeit, so der Mann in Hofburg, der nachdem am Wahlergebnis nicht mehr viel zu rütteln war, wie immer durch die mit dem roten purpur bespannten Tapetentür in der Hofburg kam und beruhigende Worte sprach. An einem Wahlamt, der viele beunruhigte. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Republik ist die rechtsextreme FPÖ stärkste Partei im österreichischen Parlament. Knapp an den 30% vorbei. Nach einem großen Plus von 13 Prozentpunkten. Dazu deutlich vor der konservativen Volkspartei ÖVP, die es nur noch auf 26,5% brachte, nach dem größten Stimmenverlust in der Geschichte der ÖVP. Minus 11% im Vergleich zur letzten Nationalratswahl. Ein tiefer Fall. Bitter, sagt der ÖVP-Vorsitzende und Bundeskanzler Nehammer. Will aber auch ein bisschen schönreden. Er habe die Partei damals, nach dem Absturz des ÖVP-Jungstar Sebastian Kurz bei nur 21% übernommen. Es war also noch schlimmer. Außerdem, der ÖVP-Mann bleibt erstmal Kanzler. Vielleicht noch sehr lange. Der Jubel auf der Wahlparty der FPÖ war sehr groß und laut. Als die blaue FPÖ-Säule der ersten Hochrechnung deutlich über die ÖVP hinauswuchs. Umgekehrt war es sehr still in den anderen Parteilocations. Mit wenigen Ausnahmen. Österreichs Kurz in Schockstarre oder eben mit jubelnden hochgerissenen Arm. Eine Richtungswahl, deshalb auch die hohe Wahlbeteiligung von fast 80%. Und keine Überraschung. An die 30% für die FPÖ, das war fast das ganze Jahr über das Ergebnis der Sonntagsfragen. Dass die bewusst zurückgehaltenen Auftritte Nehammers als erfahrenen Krisenkanzler im Hochwassergebiet kurz vor der Wahl noch etwas zugunsten der ÖVP geändert hatten. Das war Wunschdenken. Der Wähler habe ein Machtwort gesprochen, lässt der FPÖ-Vorsitzende in der Wahlrunde wissen. Ruhig im Ton. Ganz anders als auf den Wahlveranstaltungen und bei seinen Bierzeltauftritten. Er strecke die Hand aus, sei bereit zu regieren. Die Gespräche mögen beginnen. Herbert Kickls Problem? Keiner will seine ausgestreckte Hand nehmen. Niemand aus den anderen Parteien will mit ihnen zusammenarbeiten. Das steht jetzt nicht im Text, aber er ist halt auch ein Faschist. Er oder ich, damit habe sich Nehammer durch das Wahljahr gekämpft. Dabei bleibt er auch im Wahlabend. Und gibt sich überzeugt, dass er dabei auch seine ÖVP geschlossen hinter sich hat. Für alle anderen Parlamentsparteien steht sowieso fest, nicht mit Kickl, auch nicht mit seiner FPÖ. Ein kleiner, feiner Unterschied. Zusammenarbeit mit der FPÖ ohne Kickl? Diese Tür lässt sich die konservative Volkspartei bewusst offen. Schon jetzt sind die Schnittmengen groß. In der Wirtschaftspolitik, bei Fragen der Migration. Und das Wahlergebnis bewegt ÖVP-Mann Nehammer auch. Er signalisiert, er habe verstanden. Zitat, die Sorgen, bei denen sich die Menschen finden. Zitat, eine Kickl sei dafür der bessere Ansprechpartner jetzt als Nummer eins. Die, so Nehammer, nehme er sehr ernst. Aber in der Art, wie diese Probleme politisch gelöst werden sollen, unterscheide man sich fundamental. Wenn seine ÖVP mitspielt, muss der ÖVP-Vorsitzende nicht mit der FPÖ koalieren. Egal mit oder ohne Kickl. Die SPÖ positioniert sich im Wahlkampf bereits bereits als Brandmauer gegen die FPÖ. Sie brachte 21 Prozent mit. Auch das historisch wenig. Aber es könnte reichen. Und dann gäbe es noch den liberalen Neos. Kleine Gewinner dieser Wahl. Mit 9 Prozent. Ein Prozentpunkt mehr als bisher. Zitat, ich will sie nicht in der Regierung haben, sagte Parteichefin Beate Meinel-Reisinger, freundlich jechelnd mit dem Wahlsieger Kickl ins Gesicht. Weil, Zitat, ich halte das nicht gut für unser Land. Was gut ist für Österreich, das hat der Bundespräsident noch einmal für alle definiert. Ein neuer Kanzler müsse sein Vertrauen haben und er, von einer sie auch diesmal wieder nicht die Rede, also von einer Frau, müsse die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektieren. Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien und die EU-Mitgliedschaft. Auch das wird im Zweifel gegen einen Kandidaten-Kickel verwendet werden. Also, fassen wir zusammen. Es gibt eine schlimme Nachricht. Es gibt eigentlich zwei extrem schlimme Nachrichten, die ich hier mal hervorheben möchte. Die erste ist, 29,2 Prozent von acht, also diesen 80 Prozent, die gewählt haben, haben sich für eine faschistische rechtsextreme Partei in Österreich entschieden. Was ich schlimm finde, weil wenn Leute Faschisten wählen, die offenkundig Faschisten sind, dann haben sie vermutlich auch rechtsextreme und faschistische Gedanken. Und das, was in Deutschland passiert und was auf der ganzen Welt zum gewissen Teil passiert, dass man sich immer weiter nach rechts bewegt. Das passiert also auch in Österreich. Der Unterschied ist, im Vergleich zur AfD, die FPÖ ist ein bisschen älter. Sie ist nicht so jung, könnte man sagen. Das ist ja keine junge Geschichte, ist schon ein bisschen älter da. Man hat sich vielleicht in der österreichischen Politik ein bisschen mehr mit diesen noch damals gemäßigteren Ansichten, aber jetzt sehr, sehr rechtsextremen und sehr, sehr harten Ansichten arrangieren können. Das Playbook ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings dasselbe. Man könnte also sagen, Nazis sind für Österreichs nichts Neues. Das ist sehr ironisch. Sehr ironisch. Das zweite ist allerdings folgendes und das möchte ich jetzt nochmal zusammensetzen, weil das ist wirklich crazy. In Österreich gab es vor zwei Wochen ein historisches Hochwasser, das Niederösterreich geplagt hat. In Tschechien und Polen gab es auch Probleme, aber besonders in Österreich. In Österreich gab es also eine Konsequenz des Klimawandels, das die Leute zu Teilen schmerzlich erfahren haben. Und nach diesem Erlebnis, also nachdem man am eigenen Leib tatsächlich erfahren hat, was da los ist, bis nach Wien wählen 45 Prozent eine Gruppe von Parteien, die den Klimawandel zum Teil leugnen. Und damit meine ich ÖVP und FPÖ zusammen. 45 Prozent der Wähler haben sich nach dem Hochwasser in Österreich lieber um den Ausländerhass. Das sind 55 Prozent. Entschuldigung. 55 Prozent der Wähler. Also mehr als, warte mal, 80 Prozent war ja, ich glaube, in Österreich leben 6,7 Millionen Leute oder so. Also mehr, also so ein bisschen mehr als jeder Zweite. 9 Millionen? Alter, das ist gruselig. 9 Millionen Leute leben da, aber 6,5 dürfen wählen, oder? Okay, dann kommt die Zahl daher. Also haben sich, haben sich mehr als 3 Millionen, also ja, 55 Prozent der Leute haben sich nach dem Extremhochwasser in Österreich gedacht, es ist eine sehr gute Idee, eine Parteienkonstellation zu wählen, also sowohl die eine als auch die andere, die dem Klimawandel leugnet und das als Nicht-Priorität heraufbeschwört. Bundestag soll offenbar über AfD-Verbotsverfahren abstimmen. Abgeordnete mehrerer Parteien wollen laut einem Medienbericht im Bundestag ein Verbotsverfahren gegen die AfD beantragen. In Fraktionen ist das umschritten. Der Bundestag wird einen Medienbericht zufolge über einen Gruppenantrag abstimmen, in dem beim Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD beantragt wird. Wie berichtet wird, der Antrag von einzelnen Abgeordneten der Union, der SPD, der Grünen und Linken unterstützt, nicht aber von dem gesamten Fraktion. Demnach wurde er seit Monaten vorbereitet und kürzlich finalisiert. Für einen fraktionsübergreifenden Antrag sind 37 Abgeordnete notwendig. Der Antrag zum AfD-Verbotsverfahren soll allerdings von deutlich mehr Bundestagsmitgliedern eingebracht werden. Von allen genannten Fraktionen unterstütze ihn jeweils mindestens zehn Abgeordnete. Dem Bericht zufolge heißt es in dem Antrag, der Bundestag beantrage beim Bundesverfassungsgericht festzustellen, dass die Partei Alternative für Deutschland verfassungswidrig sei. Dabei beziehe man sich auf Artikel 21 des Grundgesetzes und Paragraf 43 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Unter anderem werde in dem Antrag auf Entscheidungen verwiesen, die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen und das Thüringer Oberverwaltungsgericht getroffen hat. Das OVG in Münster hatte im Mai geurteilt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Gesamtpartei AfD als Verdachtfall im Bereich Rechtsextremismus einstufen und Nachrichten dienstlich beobachten darf. Abgeordnete werfen der AfD im Bundestagsantrag demnach vor, die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv abschaffen zu wollen und gegenüber dieser Grundordnung eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung einzunehmen. Der Gruppenantrag stellt bei der AfD zahlreiche Verstöße gegen die Menschenwürde fest, etwa die Forderung nach einer, wie die AfD es nennt, millionenfachen Remigration von Migranten. Der Antrag wertet außerdem zahlreiche Äußerungen von Bundes- und Landesvorsitzenden der AfD als Verletzung der Menschenwürde von Migranten, Muslimen und Minderheiten. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte Ende Mai, dass ein Verbotsverfahren der AfD derzeit kein Thema für ihn sei. Das sei, Zitat, eine ganz schwierige Sache in einer Demokratie, für das es sehr hohe Hürden gäbe. 2017 scheiterte zum zweiten Mal ein Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD. Anfang des Jahres strich das Bundesverfassungsgericht der Partei, die sich die Heimat umbenannt hatte, allerdings die staatliche Parteifinanzierung. Der Kontext übrigens, warum das Verfassungsgericht die NPD damals nicht verboten hat, ist, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, ihr seid so irrelevant, euch muss man nicht mehr verbieten. Kein Schwanz interessiert sich für euch. Bei der AfD ist das allerdings anders. Ich begrüße ein Verbotsverfahren und die Prüfung vor Gericht gegenüber der AfD, denn das wird ja eh noch Jahre dauern, bis es da eine Entscheidung gibt. Und wenn das gut vorbereitet ist und auch wenn das vielleicht ein bisschen spät kommt, ist es doch wichtig. Die AfD gehört verboten. Es ist eine rechtsextreme, demokratiefeindliche Partei, die sich auf keiner demokratischen Säule bewegt, sondern die die Demokratie instrumentalisiert, um sich an die Macht zu putschen. Und die Leute sind dumm genug, um darauf reinzufallen. Also ich würde diesen Antrag begrüßen. Dieser Antrag wird in keiner Art und Weise zu einem sofortigen Ergebnis kommen, aber es ist wichtig, diesen Antrag zu stellen. Und es ist wichtig, diesen Prozess auszulösen. Denn das wird noch Jahre dauern, bis das dann entschieden ist. Daniel Günther von der CDU wirbt für Offenheit für schwarz-grüne Koalition. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident mahnt seine Partei, eine Koalition mit dem Grün im Bund nicht auszuschließen. Äußerung von Markus Söder nennt er hasenfüßig. Mit Blick auf die nächste Bundestagswahl hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU seine Partei davor gewarnt, ein Bündnis mit den Grünen auszuschließen. Im Interview mit dem Deutschlandfunk verwies Günther auf die von ihm geführte schwarz-grüne Landesregierung in Kiel, die er als erfolgreich beschrieb. Die Union dürfe es niemals von vornherein ablehnen, Zitat, mit demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten, sagte Günther. Bei allem, was Zitat, im Moment über die Grünen erzählt wird, Zitatende, dürfe die Union auch nicht vergessen, dass die Partei für wichtige Themen stehe. Zitat, bloß weil im Moment sehr viel Kritik daran geäußert wird, dass die Grünen immer sehr viel auf Verordnung setzen und auf Vorschriften, sei es trotzdem wichtig und absolut notwendig, die Klimaschutzziele einzuhalten. Deutliche Kritik über Günther an den Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder zum Thema schwarz-grün. Ohne den bayerischen Ministerpräsidenten beim Namen zu nennen, sagte Günther in dem Interview. Es liegt kein Segen darauf, nur in die Reihe Auseinandersetzungen mit den Grünen zu gehen. Seine Partei rate er zu viel mehr Selbstbewusstsein und dazu, mit breiter Brust in den Bundestagswahlkampf zu gehen. Da sollten wir uns nicht von Tönen aus dem Süden ablenken lassen. Nur noch darüber zu reden, mit wem man nicht regieren wolle, halte er für ein Zeichen von deutlicher Schwäche, fügte Günther hinzu. Das ist für mich einfach zu hasenfüßig. Der Ampelkoalition in Berlin bescheinigte Günther zugleich eine schlechte Bilanz. Die Rhetorik von CDU-Chef Friedrich Merz und dessen grundsätzliche Kritik an der Bundesregierung halte er, in der Phase, in der wir uns befinden, für richtig. Wir können uns nicht daran vorbeireden, dass die große Verdrossenheit der Politik das geringe Vertrauen damit zu tun hat, dass wir schlecht regiert werden. Da kann man nicht daran vorbeireden, da kann auch Friedrich Merz nicht daran vorbeireden. Söder hatte in den vergangenen Wochen wiederholt eine Koalition mit den Grünen im Bund ausgeschlossen. Kürzlich kündigte er an, ein solches Bündnis nach der Bundestagswahl aktiv verhindern zu wollen. CDU-Chef und Unionsspitzenkandidat Friedrich Merz äußerte sich in dieser Frage etwas zurückhaltender. Auch er sagte aber kürzlich, aus heutiger Sicht lehne er eine Koalition mit den Grünen im Bund ab. CSU-Generalsekretär Martin Huber bekräftigte nach einem Nationalratswahl in Österreich die Ablehnung seiner Partei gegenüber einer Koalition mit den Grünen. Wir kennen Martin Huber. Martin Huber ist ein peinlicher Idiot. Zitat, die Österreich-Wahl zeigt, wohin Schwarz-Grün führt. Extremisten bekommen Aufwind und die bürgerliche Mitte wird geschwächt, sagte Huber der Nachrichtenagentur dpa. In Sieg der ultrarechten FPÖ in Österreich bezeitete Huber als, Zitat, Klatsche für die Grünen. Die Partei habe mehr als 40 Prozent ihrer Stimmen verloren und sei auch von Jungwählern abgestraft worden. Die FPÖ hatte die österreichischen Parlamentswahlen am Sonntag mit 29,2 Prozent der Stimmen gewonnen. Die regierende ÖVP kam auf Platz zwei. Die konservativen Regierungsparteien, die wie CDU und CSU Mitglied der Europäischen Volkspartei sind, düsten 11 Prozentpunkt im Vergleich zur Wahl 2019 ein, während sich FPÖ um 13 Prozent steigerte. Die Grünen, die bislang mit der ÖVP regierten, verloren im Vergleich zur vergangenen Wahl, knapp sechs Prozentpunkte und kamen auf acht Prozent. Ich dachte, 40 Prozent? Hm. Würdest du mir sagen, dass der Huber Sch*** erzählt? Gut. Notmaßlicher Brandstifter von Essen soll psychisch krank sein. Bei einer schweren Brandstiftung in Essen wurden am Wochenende 31 Menschen verletzt. Der beschuldigte Leid laute laut seinem Anwalt an Wahnvorstellungen. Der mutmaßliche Brandstifter von Essen ist nach Angaben eines seines Anwalts psychisch krank. Der Essener Strafverteidiger Volker Schröder sprach von Anzeichen für Wahnvorstellungen. Vielleicht ist der ja auch Arzt. Ich weiß nicht. Sein Mandant habe offenbar die Idee entwickelt, dass eine libanesische Familie Druck auf seine getrennt lebende Frau ausgeübt habe, mit dem Ziel, sie zur Propituierten zu machen, sagte Schröder. Die Brandstiftungen richteten sich demnach gegen die libanesische Familie, von der der Beschuldigte seine Frau und seine Familie bedroht gesehen habe. Die Essener Polizei wollte die Aussagen des Anwalts auf Nachfrage von Zeit nicht kommentieren und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, man werde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben. Der mutmaßliche Täter ist syrischer Staatsbürger und sitzt wegen schwerer Brandstiftung unversuchten Mordes in Untersuchungshaft. Sollte der Mann schuldunfähig sein, kommt nach den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich eine Unterbringung in der Psychiatrie statt eines Strafverfahrens in Frage. Nach dem Kenntnisstand der Polizei am Wochenende wolle der Mann durch die Brände Menschen umbringen, die seiner Meinung nach seine Ex-Frau unterstützt hätten. Die Trennung von ihr habe der Mann möglicherweise nicht verkraftet, teilte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul mit. Bei den Bränden in zwei Essener Mehrfamilienhäuser waren nach Feuerwehrangaben 31 Menschen verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder lebensgefährlich. Die Kinder hatten Brandrauch eingeatmet, der ihre Lungen schädigte. Nachdem der Mann die Brände gelegt hatte, fuhr er nach Polizeieingaben noch mit einem Lieferwagen gegen zwei Lebensmittelgeschäfte. Die beiden Häuser sind nach Einschätzung der Feuerwehr wegen der Rauchverschmutzung und eines zerstörten Treppenhauses vorherst weiter unbewohnbar. Eine Brandrauchsanierung könne mehrere Wochen dauern. Fies Badman. Also ich hoffe, dass da bald wieder alle auf die Beine kommen und halte euch auf dem Laufenden bezüglich der Einschätzung von tatsächlichen Ärzten zu dem Geisteszustand des Tatverdächtigen. Ich weiß jetzt nicht ehrlich nicht, ob der Anwalt da nicht einfach irgendwas sagt, weil es ein Anwalt ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wir werden sehen, dass sie werden sich sicherlich Ärzte angucken. 43 Autobahnbrücken in Deutschland weisen erhebliche Mängel auf. Viele Autobahnbrücken in Deutschland sind nach einer Auswertung von Bauexperten sanierungsbedürftig und teilt sogar in bedenklichem Zustand. Bei 43 Brücken mit mehr als 50 Meter Länge ist laut einer Analyse der Zustand ungenügend. Das bedeutet die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit oder beides seien erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Marode sind vor allem Brücken im Westen der Republik. Die Politik und die Autobahngesellschaft des Bundes müsste jetzt handeln, fordert der Vorsitzende der Bundesgütegemeinschaft Marco Götze. Gerade bei Autobahnbrücken dürfen wir uns nicht darauf verlassen, dass das nächste Unglück so glimpflich verläuft wie der Teil Einsturz der Carola-Brücke in Dresden. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie mahnt mehr Geld für Investitionen an. Die Bundesgütegemeinschaft hat nach eigenen Angaben unter 3786 Brücken mit mindestens 50 Meter Länge diejenigen identifiziert, die deutschlandweit die schlechtesten Zustandsnoten haben. Die Zustandsbewertung ausreichend bekamen demnach 1382 der 378. Bei 378 war der Bauwerkszustand nicht ausreichend. In befriedigendem Zustand war der Auswertung zufolge 1697 Brücken. Als gut oder sehr gut eingeschätzt wurde der Zustand von 286 Brücken. Die Untersuchung stützte sich auf die regelmäßig veröffentlichten Brückenstatistiken der Bundesanstalt für Straßenwesen. Von den 100 am schlechtest bewerteten Brücken mit einer Länge von mindestens 50 Metern stehen demnach die meisten in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Bayern und in Baden-Württemberg. Sie zählen mit Niedersachsen zu den Ländern mit den meisten Autobahnbrücken insgesamt. Die Bewertung basiert auf Zustandsnoten, die akute Schäden und Abnutzungserscheinungen angeben. Zudem gibt es den sogenannten Traglastindex, der die Leistungsfähigkeit der Brücke gemessen an Alter und Material bewertet. Die Bauindustriepräsident Peter Hübner erklärt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Bund stelle nicht genug Mittel für Planung und Bau zur Verfügung. Zitat, wenn das Geld fehlt, werden Brücken abgelastet und Spuren reduziert und der Verkehr dorthin geleitet, wo die Brücke noch die höchsten Lasten tragen kann. Dann steht oft jahrelang nur Schilder und Barken herum, ohne dass sich irgendwas tut. Bundesverkehrsminister Wissing hatte nach dem Teileinsturz der kommunalen Carola-Brücke in Dresden erneut betont, dass für den Bund die Modernisierung seine Brücken höchste Priorität habe. Nach einem 2022 vorgestellten Programm sollen 4000 von insgesamt 28.000 Autobahnbrücken vorrangig erneuert werden. Pro Jahr sollen 400 Brücken saniert werden. Bei vielen Brücken hat eine intensive Beanspruchung über die Jahrzehnte Spuren hinterlassen. Vor allem durch immer mehr und immer schwerere Lastwagen. 55% der Brücken wurden laut Autobahngesellschaft vor 1985 gebaut. Manche entstanden in den 60er Jahren. Ausgelegt für viel weniger Belastung. Überregional bekannt wurde etwa die rahmende Brücke an der Sauerlandlinie A45. Sie wurde inzwischen gesprengt. Geplant ist ein Neubau. Ja, das ist alles ein bisschen schlecht, ne? Warum finanzieren wir nur die Fahrradwege in Peru und in Bangladesch und nicht deutsche Brücke? Gott sei Dank ist das nicht das Ende dieses Videobeitrags. Ansonsten könnte ich das auf dem Jules-Kanal hochladen. Inflation sinkt im September deutlich. Energie wird billiger. Die Inflation in Deutschland ist auf dem niedrigsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren gefallen. Im September lagen die Verbraucherpreise um 1,6% über dem Niveau des Vorjahrenmonats. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden war die Teuerungsrate zuletzt im Februar 2021 niedriger. Vor allem für Energie mussten Verbraucher im September deutlich weniger zahlen als im August. Minus 7,6%. Während die Preise für Lebensmittel leicht zulegten und sich Dienstleistungen verteuerten. Schon in den vergangenen Monaten hat sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt. So lag die Inflationsrate im August bei 1,9% nach 2,3% im Juli. Die vielbeachtete Kerninflation ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ging leicht zurück von 2,8% auf 2,7%. Im Vergleich zum Vormonat August blieben die Verbraucherpreise unverändert. Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation weiter sinkt. In ihrem kürzlich veröffentlichten Herbstgutachten rechnen die früheren Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Verbraucherpreise von um 2,2% nach 5,9% im 2023. Im kommenden Jahr werde die Inflation dann nur noch bei 2,0% liegen. Das ist übrigens der Wunschwert der EZB. Nach einer aktuellen Umfrage des IFO-Instituts wollen immer weniger Unternehmen in Deutschland ihre Preise erhöhen. Die IFO-Preiserwartungen sanken im September auf den niedrigsten Wert seit Februar 2021. Der Konsum stockt trotzdem. Der Rückgang der Inflation in Deutschland hat bisher aber nicht die Konsumlaune der Verbraucher angekurbelt. Laut jüngstem GfK-Konsumklimaindex verharrt die Stimmung im September auf sehr niedrigem Niveau. Trotz gestiegener Löhne. Viele Menschen legten ihr Geld lieber auf die hohe Kante, anstatt es in den Bau eines Eigenheims oder für den Konsum auszugeben, befanden auch die Wirtschaftsexperten in ihrem Herbstgutachten. Für die derzeit schwächelnde Konjunktur sind das keine guten Aussichten. Gilt der private Konsum doch als wichtige Stütze für die schwache deutsche Wirtschaft, die am Rande der Rezension steht. Experten machen für den stockenden Konsum auch die auf längere Sicht gesunkene Kaufkraft der Verbraucher verantwortlich. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte eine Inflationswelle ausgelöst. Danach waren unter anderem die Energiepreise rasant gestiegen. Sinkt die Inflation in Deutschland und im Euroraum insgesamt, würde das der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, Spielraum für weitere Leitzinssenkungen verschaffen. Zuletzt senkte die EZB den richtungsweisenden Einlagezinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Die erste Zinssenkung seit der Inflationswelle hat es im Juni gegeben. An den Börsen wird fest mit weiteren Zinsschritten in den kommenden Monaten gerechnet. Das ist natürlich erstmal eine positive Entwicklung, aber das bedeutet nicht, dass es günstiger wird. Das bedeutet nur, dass es normal teurer wird. Mit einer normalen Inflationsrate rechnet man so um die 2,0 Prozent im Jahr. Und das wird jetzt bald wieder erreicht. Das heißt jetzt nicht, dass die Dinge günstiger werden, das ganz und gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum die Leute nichts kaufen. Problematisch an dieser Stelle ist es, dass die Inflationsrate und die Verteuerungsrate der letzten Monate und Jahre so hoch war, dass Gehaltserhöhungen und gestiegene Löhne das Ganze ja kaum kompensieren. Es wird immer gesagt, ja, die Gehälter steigen, aber die Gehälter steigen nicht genau so wie die Verteuerungsrate. Und deswegen hat man am Ende irgendwie weniger, womit man sich Dinge leisten kann. Das ist also etwas, das man im Auge behalten muss, wenn man solche Artikel sieht. Also ja, die Inflationsrate ist bald wieder normal, aber das heißt nicht, dass Dinge günstiger werden. Das heißt nur, dass sie nicht mehr so extrem teuer werden oder so schnell extrem teuer werden. Und ich hoffe, das normalisiert sich auf lange Sicht dann wieder. Ja, das waren die Nachrichten.